Musik Die Leute, wo die Musik hier kommt, ist das, wo wir hin müssen. Wir sagen nur so viel, ne? Es ist Sonntagmorgen 4.10 Uhr. Musik Hallo, guten Tag. Ich habe gehört, ihr habt die UEFA Champions League Trophy da. Wo ist sie? Herzlich willkommen zum dritten und letzten Stopp der UEFA Champions League Trophy Home Tour 2015, presented by Adidas. Ich bin euer Host Ecofresh aka Eck von Schleck aka Kalkogen und wir sind hier in Berlin-Friedrichshain und wir überraschen den Patrick, den Philipp und die Linda. Ja, wir warten auf. Denn die UEFA Champions League Trophy samt Entourage wird jetzt bei ihnen einlaufen. Und was die dazu zu sagen haben werden, das seht ihr jetzt. Wie können die um die Uhrzeit schon Bier trinken, Leute? Wer ist da bitte? Echo, bist du's? Wo warst du? Ey, yo! Der ist schon da. Wo warst du? Was geht ab? Alles klar? Wer wohnt denn hier eigentlich? Wir, wir wohnen hier. Du heißt? Patrick. Patrick. Ich hab gedacht, die Kölner sind immer pünktlich, bin ich ein bisschen früher da. Ja, ich hab ja auch gehört, wir mussten alle heute wegen dir so früh aufstehen. Ich kenn Leute, die ihn kennen. Ich kenn Leute, die ihn kennen. Die Trophy ist da! Die Trophy ist da! Die Trophy muss aufgestellt werden, ja? Und indessen kannst du uns ja mal eure Wohnung zeigen. Gerne. Ich hab eben gar nicht gecheckt, dass du das bist. Ja, vielleicht haben wir einen Muster unten gucken. Also hier ist es besetzt gerade. Musik Oh! Darf ich? Ich wohne hier. Ich wohne hier. Oh! Du magst nur den Fußball geworden. Servus. Servus. Alles klar? Alles gut? Dann gehört die UEFA Champions League Trophys hier. Der Joke hat nicht den Blick. Ja, das ist Wahnsinn, dass ich die noch nicht zu Hause hatte. Wenn ein Profifußballer wie Max Kruse schonmal bei euch in der Bude ist, dann lass uns doch mal hier Torbahnschießen machen. Lass uns zocken. Sollen wir zocken? Was sagst du, Max? Ich bin der Typ, ich gewinn das Ding. Alles klar. Schlechter als der Joko kannst du nicht machen. Jetzt machen wir die zweite Runde und die Schwierigkeit ist, diesmal haben wir eine Waschmaschine im Flur. So, du hast es gewonnen. Wie fühlst du dich, lieber Philipp? Das war ein würdiger Abschluss für unsere UEFA Champions League Trophys Home Tour 2015, presented by Adidas. Hat's dir gefallen, Joko? Das war der schönste Tag in meinem Leben. Hat's euch gefallen? Ja, das war der Äpfle auf. Drei tan gucken! Mann, Mann, Mann! Io sperier dich auf. Jeder und zack. Mann, Mann, Mann! Ich fier申 traumlos. Eig々!